Wobei der 2.3 dabei ist, wir haben also die wichtigsten aus Helmert hier dabei, durch Gangbock nach den Verzinklern. Das Schönerkauer 1936. Und jetzt beim Abba, der hinter den 4.3. Abba-Fahrer. Und der 1.4. 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 Und der 2.4. Und der 1.4. 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 Und nach diesem Auto der Buggy mit der Startnummer 68. Der 1.4. Der 1.4. Und der 1.4. Und der 1.4. Und der 2.4. Und der 1.4. Und der 1.4. Und das Liga-Wig hat ein bisschen überholt. Der Fiat 500, der im Jahr schon 1936 dann herauskam mit dem neuen Heckmotor. Und jetzt ist der Auto in den 1.000 SP mit 13 Unterzeichnungen verschwunden. Und der L-Reis, der das Fahrt noch vor der Corventa war, da ist der Triumph TR3 A von Herrn Nögel von der Motorworld. Dann haben wir den Triumph TR6 und dahinter den TR4. Der Sackney aus der Wulskump, wo es hier in den größten Motor zu sehen gibt, und der Speedfire. Dann kommt der Panther, der 2.7 mit Jaguar-Motor gebaut, der Panther Westlands in London. Der Rot in der Hins, ein Hoss in Hedin, dann wieder diverse Porsche 356 in Blau. Der Targa in dem Leuchtgelb aus der typischen Zeit der 70er Jahre. Dann folgt der Carrera, 2.4 Liter. Und der Sport Ebole, unser elmestes Auto hier. Ja, jetzt ist es durchaus, dass wir unsere 2.5 Liter. Und das ist ein Reis. Und zu dieser Zeit hat man den Reifen, den Reifen und den Bauchschutz, so keine Ausbeiden. Nämlich, das Eisner, das Eisner, das Eisner. Das auf diese Weise, ähm, die Reifen noch einstürzt. So. 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 следin. So. Und 59, das stimmt im Programm 69, das stimmt nicht, der stammt aus der Glossenzahl, ein Konto über 3, dann hier der Ford F 100 und der Mustang Mach 1, der einmal zerstreckt werden sollte. Das ist so entgegen, als könnte er in Schallbauer vielleicht recht aneinander gehen. Ja, das ist gut so, wenn ich da, 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 ich da. So, das Schluss war wieder. Und ja, das ist der schöne Corso. Ich bin ja rum, ein Rund und 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 ein Rund. Bereits? Ja, das ist gut.